Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so eine kleine Mythic Plus-Kiste aufmachen. Ich habe nämlich letzte Woche wieder einen 10er-Key gebastelt und ja, machen wir diesmal die Plus-Kiste auf und ich glaube, ich könnte sogar eine PvP-Kiste aufmachen, weil ich auch ein bisschen Arena gespielt habe und wir schauen jetzt mal, was in beiden Kisten so drin ist. Ich habe die eben auf dem PTR schon aufgemacht und einen 425er rausgekriegt. Wahrscheinlich ist mein Glück jetzt verbraucht. Und was kriege ich? Ich wusste es. Ich habe einen Teil auf 415, äh, auf 410, sorry, und ich kriege das gleiche Teil nochmal raus, ne? Ich habe wirklich ein einziges Teil, das ist doch nicht wahr. Was ist es aber wenigstens für 15? Wie kann man denn so ein Pech... Schau mal, ich habe halt nur Drecksgier an mit dem Char, ein 410er, und ich kriege das gleiche Teil nochmal, was ich letzte Woche in der Chest hatte. Gut, 5 Items wäre besser, aber trotzdem, ich hätte jetzt lieber einen Ring gehabt, 410. Ich habe so Pech, ne? Ich hätte auf dem PTR das Ding nicht aufmachen sollen. Gut, nichtsdestotrotz habe ich jetzt... Oh, ich muss rötten, sehe ich gerade. Habe ich jetzt aber genug Titanresidium, genau, um mir zumindest ein T-Teil kaufen zu können, beziehungsweise kein T-Teil, sondern ein Azerid-Teil. Und das machen wir jetzt als nächstes. Und zwar muss ich mal gucken, was ich mir lieber hole, ob ich mir lieber Schultern oder... Dings hole, weil hier sind ja die Bosse andersrum. Hier droppen wir als erstes die Schultern. Und... Ivos schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ivos könnten wir auch noch mitnehmen. Und der hier droppt quasi die Brust. Dann wäre es fast sinniger, wenn ich... Ja, dann wäre es sinniger, dass ich mir die Schultern hole, weil die Schultern haben hier eh nicht so gute Stats. Ja, ich hole mir die Schultern. Ich kaufe mir random 415er Schultern. So. Gut, dann schauen wir mal, was wir an Stats kriegen. Und zwar... Na, jetzt wird's spannend. Also, ich muss mal gucken, sowohl für Katze als auch für Bär. Für Bär habe ich nicht so geile Sachen, ne? Für Katze habe ich einmal das Zerfetzen-Ding. Das ist gar nicht so schlecht. Und Tiger-Voron hätte ich... Also okay, ist jetzt nicht optimal, aber ist okay. Für Bär kann ich quasi einmal Defensiv nehmen. Ich könnte natürlich auch Rasenregulation, aber ist nicht so nice. Das sind beide nicht so gut, ne? Hm. Das Zermalmen-Ding ist ganz gut, um Pre-zu-stacken. Aber dann nehme ich lieber die Stats. Das machst du bei den meisten Bossen nicht mehr. Lexi, ich grüße dich. Und dann nehmen wir das hier mal noch rein. Ich glaube, aber hier brauchst du 48, ne? Genau. Ja gut, die sind okay. Die sind jetzt nicht gut, aber die sind okay. Auf jeden Fall kann man machen. So, jetzt gucken wir aber noch. Ich habe nämlich jetzt noch eine... Oder müsste noch eine PvP-Kiste haben. Und die machen wir jetzt auch nochmal fix auf. Vielleicht habe ich ja da ein bisschen mehr Glück. Und ziehe vielleicht was raus. Ich habe ja letztens mein PvP-Trinket hier schon geholt, ne? Das mit dem Heal Absorb, was relativ stark ist. Und, ja, jetzt mal gucken. Deswegen müsste ich auch genug Games haben, um die Kiste öffnen zu können. Schau mal. Ah, doch, ich kann die Kiste öffnen. Mit der PvP-Kiste, muss ich sagen, kenne ich mich persönlich noch nicht so ganz aus. Wie viele Dinger du brauchst. Was habe ich denn hier? 400er... Verdammt. Aber immerhin 400er Item-Level, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, ob das hochgerollt ist oder ob das Baseline ist. 400. Das Problem ist, ich habe mir halt schon 415er Schuhe geholt. Ne, es ist sogar Baseline, ne? Herausforderer. Ja, gut. Okay, schade. Sprich, sowohl aus der Kiste als auch... Also, sowohl aus der PvP als auch der PvE-Kiste habe ich jetzt nichts und nichts gekriegt. Aber zumindest habe ich jetzt mein zweites 415er-Serie. Toll, das ist ja schon mal was. Ja, das war's vom kleinen Opening. Schreibt mir gerne, was ihr rausgekriegt habt. Beziehungsweise, vielleicht kennt sich ja einer mit der PvP-Kiste auch, was man da machen muss. Ähm, dass ich es vielleicht die Woche auch wieder mache, ne? Die paar Arena Games, dass ich wieder zur Kiste komme. Das war's. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.